heute widmen wir uns einem ganz besonderen leckerbissen der oc 118 von oceanic electronics auch bekannt unter laufwerk 9900 oder man liest auch fsd2 ja in diesem sinne erstmal hallo an alle die eingeschaltet haben es freut mich dass die videos über die laufwerke so gut ankommen ja es ist natürlich auch hier mein großes hobby mit den ganzen laufwerken ich versuche mal hier seht ihr eine frontansicht von dem guten stück das gibt es einmal mit diesem roten aufkleber und einmal ohne und ja wie gesagt das wurde wahrscheinlich unter verschiedenen namen vermarktet ich habe das große glück für ganz günstig geld fünf euro die deutsche anleitung zu bekommen in diesem fall wäre es aber dann für die variante 9900 das sieht man auch hier oben nichts also weltbewegendes spannendes ihr im grunde auf der ersten seite ist schon alles erklärt nicht viel anders wie man das vielleicht bei der anleitung zu den commodore laufwerken hat sonst sind da keine bilder drin schaltlehne oder irgendwas in diesem sinne rufe ich auch gleich mal auf wer einen schaltplan schematik irgendwas über dieses laufwerk hat bitte bei mir melden wäre ganz cool auf meinem youtube kanal könnt ihr ganz rechts auf info gehen da findet ihr kontaktadressen oder auch in der video beschreibung müsst ihr weiter runter scrollen da findet ihr auch kontakt möglichkeiten über discord oder über e mail zum beispiel also ich wäre sehr interessiert hier mal die schaltpläne zu sehen von diesem ganzen gerät ja wir machen das jetzt auf und schauen uns an soweit wie ich da was gefunden habe erkläre ich es gerne ja das laufwerk wurde in deutschland auch vertrieben bei rossmöller ich glaube da war aber als rom ein schiffidos drin das ist alles nur so was ich mir zusammen gelesen habe wie weit das der wahrheit entspricht kann ich euch nicht sagen hier wenn wir gleich noch sehen ist das er dos oder auch rex dos genannt drin ist in der variante laut werbung 100 prozent kompatibel zum c64 oder beziehungsweise zu den anderen 15 41 und ja als kleine besonderheit was ich momentan herausgefunden habe immer den formatierungsbefehl im basic eingibt können wir sogar am c64 ohne da irgendwie noch ein rom zu tauschen oder so also mit dem er dos drin und mit dem ganz normalen dos im c64 können wir die diskette auf 40 spuren formatieren ich schaue mal dass wir uns das jetzt hier gleich im anschluss noch ansehen ich hoffe ich vergesse es nicht der unterschied ist nur nach der id nummer die wir eingeben müssen bei diesem formatierungsbefehl kommt da noch ein Komma und der buchstabe r und wenn wir diesen buchstaben er hinzugefügt haben formatiert auf 40 spuren okay aber das schauen wir uns dann später an ich mache das ganze jetzt mal auf die schrauben sind schon raus hier sieht man auf der rückseite die gummifüße nichts weltbewegendes und hier haben wir einen zugang für so tippschalter da können wir zum beispiel laufwerksnummer ändern ja 9 10 ich glaube sogar bis 11 haben wir das ganze mal auf das gehäuse selbst ist komplett aus metall dadurch wirkt das ganze sehr robust und wertig und es ist auch nicht sonderlich groß also ich habe jetzt kein besonders heftiges messwerkzeug aber jetzt hier die breite sind 15 naja was wird das jetzt hier sein ja 26 cm lang nichts weltbewegendes halt auf jeden fall ein großer unterschied zu den herkömmlichen ach so hier hinten müssen wir noch den stecker lösen das ist für den powerschalter da kann ich auch noch mal ganz kurz die hinten ansicht zeigen wir haben hier den powerschalter und auf dieser seite befindet sich einmal die buchse für den für das netzteil und dann halt die zwei seriellen bei dem netzteil gehen wir auch gleich mal weiter darauf ein wenn ich das ganze hier rausgezogen habe das müssen wir nämlich hier ein bisschen rabiat rausziehen gehäuse weglegen sodele jetzt sehen wir das ganze erst mal von unten ich habe mir hier schon zurecht gelegt eine buchse von der 15 41 2 von einer kaputten platine habe ich die jetzt entnommen das metallblech könnte man dann vielleicht runternehmen dann würde das hier hinten optisch besser dazu passen und ja wir haben hier einen anderen anschluss seht ihr vielleicht ich schaue mal eben dass ich das einfange dass ich hier wo mein finger drunter ist der sieht anders aus als der von der 15 41 2 und somit passt das netzteil nicht wenn wir jetzt die buchse ändern wenn wir die jetzt auslöten andere einlöten passt das netzteil von der 15 41 2 weil wir hier auch 12 volt und 5 volt bekommen und interessanterweise die passt halt wirklich genau rein und ja wie gesagt interessanterweise die 12 volt die 5 volt sind auch hier an den selben pins das ist hier einmal pin 1 das ist ja auch nummeriert das ist hier drüben wo habe ich eigentlich mein stift mit dem ich das besser zeigen kann das ist einmal hier drüben haben wir die 5 volt dann pin 2 das ist ja auch alles wie gesagt schön auf dem bord angegeben bis gnd 3 da läuft nichts drüber und bei der 4 dies hier außen dass die 12 volt dc ok also könnte man das jetzt hier einfach so einlöten und netzteil anstecken wer jetzt dieses netzteil aus polen hat so wie ich dann kann man schön den c64 mit betreiben und das laufwerk hier aber ich glaube dieses laufwerk werde ich mehr nutzen für die zoom floppy weil das passt nämlich sehr schön unter mein laptop in diese densities mal monitor erhöhung wo mein laptop drauf steht da passt eine 15 41 nicht hin aber das laufwerk passt ja perfekt hin und ich denke mal ich werde es dann im anschluss mit der zoom floppy mal verwenden ja dann schauen wir uns mal an das ganze ist betrieben los angetrieben hier haben wir den step motor ich habe auch schon mal geschaut den kriegt man noch zu kaufen ja step motor typ kann ich jetzt vorlesen kp 39 hm 2 von japan servo ist der hergestellt worden gibt es tatsächlich noch zu kaufen dann haben wir hier das rom es ist jetzt drin oce 118 k dann steht hier unten drunter noch 88 13 und hier ist halt die besonderheit man liest halt ob das wirklich so ist weiß ich nicht man liest halt viel das hier ich schaue mal eben nach dass ich kein blödsinn erzähle das ist pin 15 und pin 16 von diesem sockel die sind vertauscht da wollte angeblich der hersteller irgend so ein wie soll ich sagen so copyright von commodore entgegen wirken keine ahnung wenn wir das auf der rückseite wieder zurücktauschen ich weiß nicht wie man das genau machen sollte hardware seitig da müsste ich die leitung vielleicht kappen und eine neue strippe ziehen dann kann man hier ganz einfach das rom von der 15 41 2 reinstecken beispielsweise da hätte ich jetzt das 2 dann lasst mich mal schauen ich sehe das so schlecht bei dem ich 2 5 1 9 6 8 strich 0 3 das ist das also bei der 0 3 handelt sich das von der 15 41 2 mit 0 1 und 0 2 ist es für die 15 41 c da müsst ihr auch mal so ein bisschen gucken das würde da reinpassen alternativ könnte man sich auch mit dem app rom brenner hier in rom brennen da müsste man aber auch arbeiten mit so einem angefertigten sockel bei dem diese pins vertauscht sind dann kann man das dann so brennen dass es hier direkt passt oder dass man hier auf diesem bord an diesem laufwerk hardware seit ich etwas ändern kann das ganze thema finde ich so spannend und ich sage auch ganz ehrlich ich basteln so gerne ich bin drauf und dran das mal zu machen aber ja ich bin eigentlich auch kein freund von nur an irgendwas rum zu basteln einfach weil man es kann und nicht unbedingt weil es sinn macht weil ich habe dieses laufwerk mehrere tage lang getestet mit diesem rom oce 118 k und ich hatte keine kompatibilitätsprobleme ich habe ganz normal meine disketten geladen ganz normal disketten formatiert und was drauf geladen ich habe disketten zueinander getauscht ich habe die auf der 15 41 10 mit lichtschranke ich habe es auf der 15 41 ohne lichtschranke habe ich disketten beschrieben habe sie hier drauf geladen und umgedreht also ich habe keine ahnung oder die inkompatibilität ist die immer beschrieben wird es wird ja auch so viel gesagt über inkompatibilität der 15 41 10 mit lichtschranke zu allen anderen laufwerken da habe ich auch schon viel hin und her getestet bei mir läuft alles also innerhalb der commodore welt offiziell sehe ich da keine inkompatibilität soll aber wohl wegen der lichtschranke irgendwie zu nicht offiziellen anderen roms inkompatibel sein das kann sein kann ich mir vorstellen weiß ich nicht ich benutze diese dinger nicht da muss man also mal schauen wie weit einem da irgendwas da rein fuchsen kann in sein system was man sich da zu hause zurecht gemacht hat okay was haben wir denn hier noch hier unten ist von sony das rom da habe ich mal geguckt das kriegt man auch tatsächlich noch zu kaufen hier oben haben wir 6502 das ist der prozessor der ist aber jetzt hier von einer anderen firma der ist nicht von moss ich weiß jetzt leider nicht genau was das für eine firma ist das ist hier so eine weltkugel oder was das darstellen soll von der gleichen firma unten haben wir den 6522 den haben wir hier zweimal drin aber hier von zwei unterschiedlichen firmen auch wieder hier diese weltkugel hier unten steht cmd drauf eventuell sechster monat 1988 wenn ich das hier richtig deute als produktion kann man dann vielleicht von ableiten wann dieses laufwerk hier erstellt wurde weiß ich jetzt nicht schwierig schwierig genau und hier wird auch wieder so sein dass der eine 22 zuständig ist für die kommunikation bord mit dem verbauten laufwerk ein bisschen vereinfacht ausgedrückt und der andere 22 kommunikation bord mit dem c64 bzw mit dem anderen angeschlossenen computer ja was haben wir noch ich schaue mal eben was ich noch so alles schönes gefunden habe ja also der sony ram ist der cxk 5816 n hier steht 8 bit high speed statik ram für floppy disk read system genau die halt das war eine andere beschreibung also dieses cxk ist der 8 bit high speed statik ram und dieses floppy disk read amplifier system das ist der mc 3470 p aber den sehen wir gleich auf der anderen seite das ist der schreib lese verstärker für den ja für das signal was vom kopf dann kommt ich drehe es mal eben um mich hat das laufwerk so interessiert dass ich mal nach diesen ganzen chips geguckt habe soweit ich da was finden konnte also hier dieser bereich hier sieht man auch schon gleich hier ist ein podi das ist nicht nicht jemand vielleicht als erstes denkt um die geschwindigkeit einzustellen ich glaube das macht das laufwerk selbst da müssen wir glaube ich nichts tun aber ich will mich nicht so weit aus dem fenster lehnen weil diese platine die wir auf der anderen seite gesehen haben die habe ich nicht abmontiert gehabt ich hatte diese runter und diese hier das sind aber eigentlich zwei die sind hier mit so einem abstandshalter sind die hier zusammen und habe mich mal ein bisschen umgesehen aber diese platine hier ist schreib lese verstärker platine ich sieht man auch da ist der kopf angeschlossen und der schreib lese verstärker das ist hier dieser große dass mich mal zählen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 beinig habe ich das richtig gezählt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wird wohl 18 beinig sein ja soweit dann hier ganz normal ein gussblock drumherum und muss ich nur mal schauen haben wir hier auch irgendwo dieses gate array versteckt das müsste hier eigentlich auch irgendwo sein weil ich habe mir das notiert das könnte na jetzt finde ich es nicht mehr bei dem ganzen durcheinander es kann auch sein dass das irgendwo zwischen diesen anderen platinen verschwunden ist tja liebe leute keine ahnung wo das hin ist also wir haben hier wieder einen haufen logik chips diese 74 die kennt man ja schon von den anderen platinen ganz tolle sache okay naja wie gesagt das gab es dann halt einmal mit dem rdos und dann gab es das laufwerk wohl anscheinend auch ohne überhaupt irgendeinen dos drin das ist halt immer halt weil man kein ärger mit commodore haben wollte soweit ich weiß rossmüller hat mit dem mit einem speeder verkauft ja das sind jetzt meine informationen zu diesem tollen laufwerk und ich werde es jetzt so wie es ist hier mal anschließen und dann schauen wir weiter kann sich auch nur um stunden handeln das ganze weil ich muss nämlich eben das netzteil raus graben das habe ich jetzt leider nicht vorbereitet in meiner professionalität kennt ihr ja die ist ja schon berüchtigt so hier packe ich eben nochmal das netzteil in die kamera das ist das original netzteil hier sieht man auch die belegung für an fünf ist jetzt 12 volt und dann 1 die 5 volt so das ist eingesteckt ja hier raus das müssen wir jetzt wieder hier rein packen sonst klappt das nicht weil wir brauchen ja den powerschalter so das lege ich jetzt nur mal so drauf ok power kommt hier rein na gut schon mal bitte nicht raus so ok laufwerk anschalten und dann muss ich mal eben hier so genau aber ohne modul das ist noch von meinem letzten video drin dann haben wir hier den c64 ich mache das mal eben größer und schieb das hier rüber naja ist egal können wir auch hier lassen kostet ja kein geld dann eine diskette und jetzt geben wir mal den formatierungsbefehl ein so wie ich mir das gemerkt habe jetzt müsste das so sein mit einem r als zusatz wenn ich nichts falsch gemacht habe müsste jetzt gas geben ja motor steppt und dann werden wir dann gleich sehen wie viele blöcke frei sind was auch interessant ist das hat zwar keine spur null licht schranke ist aber trotzdem überraschend leise also er tackert schon hinten an ja das merkt man halt dann schon wenn er diese spur null da finden will aber das ganze ist merkwürdigerweise relativ leise ganz anders als das bei der 1541 ist so jetzt haben wir hier 749 blöcke frei ja wie weit wir da mit dem c64 jetzt damit arbeiten können und zugreifen können das steht auf einem anderen blatt papier das müssen vielleicht programmierer oder sowas mir sagen also leute die da richtig sowas nutzen ich bin da ja eher der zocker am c64 aber es ist schon mal interessant dass wir da ohne da groß was verändern ganz normal mit dem formatierungsbefehl nur mit dem rom was auf der auf dieser oceanic ist da hat es halt so formatieren können okay wenn es noch irgendwelche änderungen gibt mit dem laufwerk mache ich natürlich gerne ein video ich bin auch noch drauf und dran mir eine zweite zu besorgen weil gerade die problematik da ist kein schaltplan gibt werde ich mir eine zweite holen die funktionsfähig ist falls mal eine ausfällt dass ich dann eine zweite habe um irgendwas mal gegen zu prüfen und naja ihr wisst ja auch generell den spruch laufwerke kann man nie genug haben an dieser stelle sage ich danke fürs zusehen abonniert den kanal macht einen daumen hoch und aktiviert die glocke dann seid ihr immer gut informiert wenn es etwas neues bei mir gibt macht's gut leute ciao ciao